Sind Sie schon bekannt mit den Linsen VarioTop? Wir laden Ihnen ganz herzlich ein zur Linsen VarioTop-Tage von 20. bis 25. Mai in Maaspracht in unser Hafen. Die Grenzherdi 500 AC VarioTop liegt dann ins Wasser und kann gefahren werden. Die Grenzherdi 450 AC VarioTop liegt in Produktion und ist fast fertig. Diese können Sie gerne im Detail ansehen mit einer von unseren Leuten. Gerne möchten wir Ihnen auch informieren über das neueste VarioTop-Modell, welches wir in der Linsenjachtsbootshow in November 2019 presentieren. Also herzlich willkommen in Maaspracht VarioTop-Tage von 20. bis 25. Mai. Bis bald! Untertitelung des ZDF für funk, 2017